Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Folge Let's Play Heroes of New Earth. Jo, hallo. Ja, Steffi ist jetzt auch dabei, sitzt jetzt allerdings neben mir. Nicht als Spectator, weil sie immer noch mit ihrem Rechner beschäftigt ist. Updates werden installiert. Mich tun wir jetzt hochkannend installiert. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Glück. Bitte? Da haben wir vielleicht etwas mehr Glück mit Steffi daneben. Genau. Also diesmal haben wir aber auch Single Draft und deswegen schon direkt Torturer ausgewählt. David, natürlich. Willst du nicht irgendwie was von mir, dann würde ich Dämpfscherm spielen. Nö. Du bist so ein Arsch, ey. Du bist da wie scheiß Nighthound da. Nur weil du unsichtbar bist. Ja gut, ich supporte dich. Warum Bot? Top? Warum? Wir sind doch Legion. Please don't go Nighthound. Swap. Swap it. Don't go Nighthound. Swap it. Swap it to me. I'm the best with Nighthound. Orange. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt Hon kennen, die hier zuschauen. Orange ist immer die schlechteste Farbe eines Teams. Genauso wie Braun die schlechteste Farbe des gegnerischen Teams. Ja, nicht unbedingt die schlechteste. Ja, aber ist halt von der MMR, ne. Das ist die niedrigste Wertung. Wie man ja hier sieht, sind die Wertungsgestaffelt hier die Leute. Und es ist aber leider auch sehr, sehr oft so, dass es passt mit Orange und Braun. Es sei denn, wir, einer von uns beiden ist halt, oder ich in dem Fall, weil ich habe ja immer weniger als David. Wenn ich Orange oder Braun bin, dann ist Orange gut. Boah, stinkt das hier gerade, ey. Findest du? Ja. Ich habe gerade eben noch geduscht. Steffi ist das. Der hat ja gerade eben gesagt, es stinkt. Ja, genau. Ich habe heute frisch geduscht. Ich kann nach der Zeit. Hallo? Waschbecken. Nur weil da drei Spritzer rauskommen, heißt es nicht duschen. Scheiße, Mann. Ich ziehe jetzt aber meinen Pulli aus. Ich muss meinen Geruch jetzt komplett entfallen. Boah, hier ist es wieder so warm. Aber das liegt an mir. So, hier. Tu mal gerade bitte. Sei mal so nett, mein Dienstmädchen. Sie ist wirklich nicht so warm. Sie ist nicht so warm. Boah, ich sitze hier im T-Shirt. Steffi jetzt mit zwei Pullover. Geil. Willst du anziehen? Boah, jetzt weiß ich auch, warum es hier so warm ist. Ich habe sie gerade erst angemacht. Ja, ja. Ich kann nicht warm sein. Komm, wir pushen die Tower, David. Nein. Nein? Ich will mich einfach nur totfahren, jetzt. Wir haben zwar ein paar hässliche Tanki-Typen, so Legionär, Devo und Lord, Seifhoris. Ach so, warte, dann hole ich besser mal einen Ward, ne? Ja, einer, ne? Ja, machen wir es mal so. Hey, Brut, konsumst mich. Hey, Brut, konsumst mich. Keine Tower pushen. Na gut, dann keine Tower pushen. Dann brauche ich die Zacken ja erst mal nicht. Wer ist gut? Das ist der Tortura. Ich habe den Tortura, den Schmerzbereiter, den mit den Kettensägen, Mann. Der könnte auch bei Saw mitspielen. Ach so, warte. Ich spiele Jigsaw persönlich. Ah. Wollen wir mal gucken, wegen Dingens. Wenn das denn David? David ist ein Nighthorn. Das ist der Typ, der sich mit seinem Ultimate immer unsichtbar macht. Ach, der. Ja, diese kleine Arschgeige, die auch sich immer zu jemandem hin blinkt und so. Sei noch ein bisschen verjährt. Ja, und? Ich finde es trotzdem noch schön. Und dann kannst du wohl gleich stacken und pullen, ne? Ja. Wenn die kein Wort hier hinsetzen. Es sei denn, die setzen den erst nach 40 Sekunden oder so. Stell mich mal hier so hin. Überraschungsmäßig kriegen die dann direkt einen auf die Fresse. Ja, pullen nicht die Creeps dann zu dir, ne? Ne. Das wäre dann nicht so gut. Ich warte. Wen haben wir denn? Lord Stylphorus, ein Hellbringer. Syphilis. Da waren schon mal zwei Hits. Drei Hits. Du kriegst auch noch einen. Ich glaub, der hat das noch nicht so kannst, dass du da bist. Hier, du kriegst noch einen. Hier, du auch noch einen. Und du noch einen. Das war mal ein passiert. Ich bin so ein Arschloch. Oh, verdammt. Ich nehm dir mal keine EPs weg, ne? Doch, sonst levelst du ja nicht. Hellbringer aber auch nicht. Die EPs ist groß. Oh, okay. Ach, jetzt habe ich das Ding ganz vergessen. Verdammt. Das musst du mal gerade warten. So, level up. Und stacken Wo lustig, dass es einen kleinen Ruckler gibt, wenn die Musik schwenkt Echt? Ich habe jetzt hier beide Oh, danke, dass du den Baum da weggemacht hast Der ist echt ätzend Ja, habe ich heute eben extra gemacht Ich habe mir einen Mist, kannst du mal eben schreiben, den Hellbringer Ah, ist wieder da Vielen Dank, meine Freunde Für Queen und Country Voll viele Creeps weggenommen Das ist egal, dann geht es nicht wohl Naja, aber das Geld hat er halt jetzt bekommen Das waren drei Stück, glaube ich Zieh mal, nehmen wir das gleich wieder ab Aber wir gehen immer auf Hellbringer Auf der stirbt der ja Ja, der kann auch nicht so gut spielen So oft wie ich den gerade eben attacken konnte, ohne dass er sich gewehrt hat Bei Minute 5 war das immer, ne? Wo die Bäume kamen Ja Ah, ich könnte vielleicht mal den Ward setzen gehen Schreib mal Mist gerade Sind beide Mist Boah Fuck Fuck Ich komme Boah Fick dich Lauf, 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 da kommt noch der Hellbringer Boah, nice Wenn ich schon einmal bei 4,25 hier rumlaufe Dann kann ich die auch direkt mit stacken, ne? Richtig Leute, die laufen mir immer noch hinterher Na, schaffe ich es noch? Ne, ich glaube ich schaffe es nicht mehr, oder? Ist schon zu spät Ah, jetzt haben sie ein Ward gesetzt Hm Da kann ich eben gar nicht schauf geachtet, ob der Hellbringer ein Ward dabei hat oder nicht Ich auch nicht, aber anscheinend Anscheinend schon, ne? Boah, immer Block Boah, ja Er trifft mich auf so einer Range So, schummel mal gerade den Kurier Kein Risiko eingehen Weil wenn der mir nochmal dieses Gift gibt, bin ich tot Ja, müssen wir gleich auffassen, wenn der Lord Zephorus Level 6 ist, dann kann der auch dieses Dieses Doom dann, ne? Ja Ich glaube ich bin auch erst mal B Okay Kein Trank mehr, dann habe ich auch Steam Boots, dann kann ich gleich den Hellbringer killen, wenn der sich jetzt nicht heilt Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Die beiden Ja Lauf am besten Lieber zum Tower Oder hol dir übrigens nur die EPs, also brauchst du ja keine Last Hits Ne, ne, ich stehe nur so, dass ich gerade Die EPs ist jetzt sehr weit Die EPs kriege ich, wo dann mal ein bisschen Schaden austeilen kann Ja Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder da Okay Wir könnten direkt mal auf den Hellbringer gehen Stow den Wir potentiell Ah, fuck Ich habe nicht gesehen, dass die noch gestunter sind, wer ich noch früher losgesprungen Passt schon Ja, ich hätte noch bekeilen können wahrscheinlich Ich mache mal hier einen Ward für uns hin, ne? holst du dir gerade den okay dann habe ich mich gerade noch rechtzeitig meine items reingekriegt ich bin total leer geschossen da kam der hellwringer naja hab ich gesehen echt mies das war echt doof gelaufen in dem moment gerade die sachen bekommen und schon direkt gehen es ist mir auch direkt zu abholen können kein geld für tp mehr mich auch nicht aber den hellwringern könnte wahrscheinlich alleine das war ärgerlich ich hatte gerade den pounce rate hätte ich mich noch in den tod reißen können und der hellwringer auch wieder mess ja beide jetzt ja ich bin so ein bisschen hinterher hängen hier gerade aber weil ich halt die ganze zeit so abseits stand weil der tun hat geht er dann nämlich lange ich glaube ich bin auch gefeilt naja fahren wir den arsch und du hast ja gerade gesehen der pink kommt da gerade ich habe gerade nichts nichts gesehen da steht pink ok ok wo steht der denn da nach dahinten da läuft er da läuft er da kommt noch ein debo hinterher nachher nachher in in